Sie haben Kokain bei sich gehabt, weshalb ich Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen werde. Sie können mir nichts erzählen. Ich hatte Kokain dabei, da war ich versprach, im Gefängnis war eine Fresse. Kenn ich euch? Sie haben Kokain in Ihrem Rucksack gehabt, weshalb ich Ihnen nur ein Strafticket ausstellen muss. Nein, Kokain. Sie lecken mich, Alter. Was soll denn das jetzt? Ach, ist das jetzt auch noch eine anfällige Sprache benutzt? Dafür können Sie noch ein bisschen mehr Geld abgeben. Sie sind jetzt immer noch leise. Ich könnte euch da mal irgendwas anhängen. Wenn ich in deinem Rucksack illegale Ware finde, dann drücke ich dir ein Ticket dafür. So. Herr Hauptkommissar, endlich kommen Sie mal in Ordnung zu schaffen. So. Der Hauptkommissar hat ein bisschen Kokain in Ihrem Rucksack gehabt. Um genau zu sein, 15 unverarbeitetes, im Wert von 97.000. Und die Person möchte mir jetzt weismachen, dass das ja nicht stimmen kann. Nein, 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 ich klappe jetzt. Okay, alles klar. Dann machen wir das schon. Super. Aber was, ich kann doch nicht einfach irgendwas behaupten. Ich behaupte doch nichts, ich weiß. Ich habe auch mit Kokain gegeben, Alter. Wenn ich auch einfach bei's behaupten oder ich hab Leute, die Leute haben mich einfach umgebracht. Wenn ich auch bei einfach behaupten. Also ich soll sie umbringen, oder? Ja, wunderschön, den Dach, der kommt mal mit. Schrecklich mal, ich bin mir besser, Herr Goh. Na ja. Wie gesagt, Sie haben immer noch Kokain in Ihrem Rucksack gehabt. Ich kann Sie gerne noch mal in Ihrem Gesicht halten. Hier, gucken Sie sich noch mal. Nein, guck mal in mir. Nein, guck mal in mir. Da, 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 da. Können Sie in den Rucksack gucken oder kann ich in den Rucksack gucken? Ich bin doch nicht so rum, Junge. Ja, ich weiß ganz genau, was ich im Rucksack hatte, nämlich gar nicht. Richtig, 15 und verarbeitet das Kokain. Ja, natürlich, ja, ja, was ich dabei, ja, ja, ja. Ich kam, ich kam vor 10 Minuten nach 5 Minuten, kam ich aus dem Knack raus, ja. Ich habe meine 5 Monate abgesetzt. Jetzt fahre wir rum, werden wir ran, werden von Ihnen angeschossen, werden jetzt hier festgehalten und dann baut mich jetzt an, ich hab Kokain bei mir, was ist denn das? Das nennt sich Altes Life, äh, der, der Altes Leben, wissen Sie? Der hat ja Kokain dabei, weil ich ihn nicht mag, weil er ein dummes Gesicht hat. Wer, wer hat ein dummes Gesicht? Nur weil ich rothaarig bin, oder was? Kokain ist Kokain. Sie nehmen mich doch nur fest, weil ich leicht schwarz bin. Weil ich leicht gebräumt bin, nur deswegen nehmen Sie mich fest. Kann ich den Rekuten hier jetzt gleich auch noch festnehmen, oder was? Mein Gott, wenn du Kokain dabei hast, dann hast du Kokain dabei, ja. Ich bin rothaarig, ich find das trotzdem in deinem Rucksack. Und wenn du sagst, ich nimm dich fest, weil du leicht angetäumt bist, ja. Soll ich dich loslassen, damit der Rekut dich an, äh, festnimmt, oder was? Dann kannst du nämlich nicht mehr sagen, das ist Rassismus, Mann. Mein Gott, das ist, das ist doch nicht... Du beschwerst dich darüber, dass ich dich anklage, weil du Kokain dabei hast, aber hast denn selber Kokain dabei? Ja, deswegen beschwer ich mich. Ich hab bisher kein Kokain dabei. Ich hab's nur so gefragt. Hallo, hallo. Ich war ja die ganze Zeit dabei, also, warum geht's? Oh, danke schön, Jens. Dein Bein tut mir auch weh. Dein Bein tut ihm auch weh? Die Eber, Alter. Andere im Kilo waren die ganze Zeit bei mir. Die wissen ganz genau, dass ich nix dabei hab. Ach, sie haben was dabei gehabt. Können sie doch nicht erzählen. Ich hab kein Kokain. Da steckt der Kokain. Ja, Oli? Ich hatte kein bisschen Kokain, Alter. Ich bin so unerwartet, dass der Herr, dass er die Rassistenszene abschiebt. Sie sollten ihn vielleicht mitnehmen aufs Präsidium, ja. Ja, war ich auch schon überlegen. Ich kann Ihnen versichern, dass er kein Kokain... Ich kann Ihnen versichern, dass er kein Kokain dabei hatte. Kommt, Sie wollen es doch nicht erfahren. Warum hängen Sie immer Medica-Scheiß an? Medica setzt sich überhaupt nicht, ich hätte irgendein umgerotzt, was gar nicht stimmt. Jetzt behaupten Sie, ich hab einfach Kokain dabei, was auch nicht stimmt. Was haben Sie aber alle gegen mich? Das ist auch schon ein bisschen Oster, sagen würde. Da haben Sie Pech gehabt. Da ist aber eh klar, wenn Sie mal den angerotzt haben. Nein, 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 nein. Ich hatte kein Kokain dabei, Alter. Ich hatte kein Kokain dabei, Alter. Jetzt können Sie mal auf mich zu altern oder zu diggern immer noch hier sie, ne? Nicht wahr. Na, kommst du auf den Gehto oder was? Ich bin einer und diggern, die ich so oft nicht will. Alter, bist du eigentlich gelähmt? Du hast den Rücksack auf dem Rücken, ja? Wenn ich dich festnehme und den durchsuche. Ich frag dich sogar noch, ob ich durchsuchen darf, hä? Weißt du, ich durchsuche das und ich seh Kokain. Denkst du, ich bin rothaarig und ich seh das Kokain nicht? Ja, ich bin rothaarig, aber ich seh das Kokain. Ach ja, 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 du scheiß Neher. Wir gehen gleich alle erstmal in Ruhe schlafen, würde ich sagen. Weißt du, wenn du mich hier als Red Hat bezeichnest, dann solltest du dich nicht beschweren, dass ich dich festnehme, weil du einen etwas dunkleren Turn hast, ja? Kann ich auch machen. Kann ich auch machen, hä? Falten so den Herrn zusammen, packen so einen ein und nehmen so einen mit auf die Nicht- Ja, 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 das... Nee, der Kommissar, das will ich machen. Geh Gott, los! Wir bewegen uns auf der Stelle. Naah! Schade, war aber eine coole Aktion, fand ich. War echt, hat Spaß gemacht. Mit euch macht's echt Bock. Was ist hier? Boah, wie lange hab ich nicht mehr so rumgeschrien, ey? Ja, ich auch, Alter, ich auch. Das nervt die, die erlauben sich alles, ne? Es macht aber Spaß, mal wieder so rumzuschreien mit dem Grund. Ja, das war richtig Grund. Er ist eskaliert gleich. Er hat sein Leben zerstört, Mann. Er hat sein Leben zerstört, Alter. Ey, ihr kommt jetzt nicht alle zu uns, oder? Nein, das ist Neuanteilung, Jungs. Oli, den seine Mutter hast du auf jeden Fall gebt, wir trauen ihn gleich mit. Fuck, Alter. Oli ist richtig eskaliert. Das war gerade so geil. Er sagt so, ja, also nur weil ich fast schwarz bin ich denn. Ich bin direkt, ey, wie im Latif ist der Helm. Jungs, machen wir... Oli. Ja. Machen wir wieder zusammen. Mal gucken, ich muss gucken, ob ich mich überhaupt noch reinsteigen lassen. So. Siehst du auf, oder was? Ja, ich glaube schon. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, Puma, machen Sie beide, oder? User was moved out of your channel. Boah, ich hätte den Namen. Mengens. Mengens. Was? Machen wir zusammen. Kommios. Ja, ich schreibe da... Das muss ich den Vorstand genehmigen und du brauchst einen Oberkommissar. Ich weiß, ich weiß. Gut, doch. Nee, ich hätte gerne einen. Ich würde mir scheißen. Ich würde mir so... Was, Apfer 2, was muss man denn da haben? Nein, komm mal. Zwei Kommissare oder ein Oberkommissar. Ah, ja, stimmt. Ja, Zivilkleid. Ja, ich Kommissar, würde ich dann auch wieder machen. Oli, das müsst ihr den Vorstand genehmigen. Oli, das muss ich den Vorstand genehmigen. Oli, das muss ich den Vorstand genehmigen. Oli, das muss ich den Vorstand genehmigen. Oli, der Vorstand, oh ja. Ja, ja, ja. S-Y-Ping für dein Name. Ja, Plattkopp, wäre das was, hm? Warum S-Y-Ping? Mach einfach. Okay. Ich bin gerade ein bisschen sarkastisch. Kannst du ruhig machen, also. Ich würde mich freuen, aber ich wollte gerne mit ein paar Leuten machen. Also nach der Action von gerade von Oli muss ich mich erst mal kurz... Muss ich erst mal was trinken. Ja, Oli, also du musst deine Aggression definitiv unter Kontrolle bringen. Das war die Anweisung vom Oberwachtmeister, die Runde. Nomo Basler, der hat mich drauf angewiesen. Nee, jetzt weißt du, ich hab Basler gesagt. Der ist nicht so schön. Aber was richtig krank war, war, dass du den Nika genannt hast. Ja, Mann. Nika. Der hat mich Red Hat genannt, das ist doch ausgeglichen. Der war an das Meier. Der hat mich Red Hat genannt. Der hat mich ...